Hey Leute, ich bin's Vicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht ab. Wie ihr seht, sind wir heute wieder zu zweit und ihr seht schon vielleicht, dass wir beide ungeschminkt sind. Ich denke, wenn sie es gesehen haben, dann an mir. Ganz genau. Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen heute eine sehr, sehr coole Challenge. Wie ihr euch denken könnt, geht es um Schminke. Der gute Herr wird mich schminken. Vielleicht wissen einige von euch ja schon, dass ich sowas richtig gut kann. Ähm, nicht. Ich weiß halt wirklich gar nicht, ob er es hinkriegen wird oder nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Sie hat mir hier hingelegt, was sie alles hat. Ich kenne davon gar nichts. Das Einzige, was ich davon kenne, ist Tesafilm. Okay, ja, ich würde einfach sagen, wir schnacken nicht so lange rum. Sondern fangen direkt an. Wir haben auch extra die Kamera umgeklappt, sodass sie jetzt das nicht sieht, was sie hier fabrikazieren. Das war nicht meine Idee, das soll sein. Eventuell hole ich mir mal ab und zu ein paar Tipps ab. Wir haben hier Make-up und Concealer. Das hört sich gut an. Möre ich dir das einfach drauf oder nehme ich irgendwas mit dem Fingerdass? Oder ist das ätzend oder so? Ich glaube, du sollst Handschwanz mir. Seh. Wir haben gerade mal ab. Dann kommt das hier drauf. Nein, bei dir. Warum denn? Du machst das auf den Handrücken. Ich will das nicht auf meinen Handrücken. Dann kannst du es besser dosieren. Kannst du dosieren? Ihhh. Das ist viel zu... Ihhh. Scht, keine Tipps. Keine Tipps von dir. Das fühlt sich an wie so Sonnencreme oder so. Du hast viel zu viel genommen, merkst du selber, oder? Nein. Bitte nicht mich bei meiner Arbeit stören. Fässig. Mach meinen Mund so, ich hab dir was auf den Mund geschmiert. Ähhh. Ihhh. Was ist los? Also Leute, ihr könnt gerne jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wie ich das hier mache. Und ob ihr bisher findet, dass es gut aussieht. Ich finde auf jeden Fall schon. So. Sieht gut aus? Ja, natürlich. Ich will mich sehen. Das bringt keinen Spaß. Sag mir mal so grob, was was ist. Was ist das hier zum Beispiel? Das ist eine Base. Was machst du unter dem Eischellot? Hä? Ist doch klar. Er wird mal Deutsch mit mir. So, was haben wir hier? Das ist für die Lippen. Fachbegriffe. Lipgloss. Ja, was, was ich denn? Sieht man doch. Bist du echt mit dem Klebeband? Wir machen jetzt deine Augen... Ich hab keine... Ich seh das immer nur bei ihr, wenn sie das macht. Ich weiß nicht genau, was das bringt. Das ist mein Klebeband-Hack. Genau. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Sind die einigermaßen gerade? Das sieht doch schon mal gut aus. Nee, du machst da jetzt irgendwas so was Schwarzes, was dann bis so und da hoch geht, ne? Das ist Wimperntusche. Jaaaa. Das kommt aber später erst. Ganz genau. Na hier. Vorsicht. So. Augen zu. Oh Gott. Ich weiß nicht mal wo man das hinmalt. Augen zu. Ich hab Augen. Augen zu. Ich hab sie doch zu. Oh, das kitzelt so doll. Nein, er lacht. Das heißt es sieht nicht gut aus. Natürlich sieht das nicht gut aus. Ich dachte du gibst dir Mühe. Ohohohoho. Scheiß die man. Das ist das viel zu schnell gemacht. Ich brauch dafür mal mindestens doppelt so lange. Ja, hätte ich mal lieber mehr Zeit genommen. Ja, wir machen jetzt Lippenstift. Hä? Mach doch erstmal die Augen fertig. Hä? Ich will jetzt Lippenstift machen. Lippen. Ja, mach vorsichtig. Lippenstift. Man redet nicht wenn man Make-up bekommt. Das ist unhöflich. Das ist ehrlich unhöflich. Das tut mir so leid. Das ist wirklich so schlimm. Das tut mir ehrlich leid. Ich dachte irgendwie... Voll abtönen gerade. Ich dachte du hast bei mir ein bisschen gelernt wie das ist. Ich hab noch nie mal richtig... Egal. Das sieht gut aus. Du kannst kein Lidschatten machen. Ich mach Lidschatten danach. Das macht man nicht danach. Ich weiß nicht mal was Lidschatten ist. Ja, dann machen wir jetzt Lidschatten. So, wir machen jetzt Nudes. Wisch ich das da rein und dann wisch ich dir das ins Auge. Nicht ins Auge, am besten aufs Auge. Aber... Egal welche Farbe. Mach wie du... Okay, Auge zu. Wie deine Kreativität... Auge zu. Ja, guck mal. Schon sieht das ganze hier gut aus. Aber ich mach das andere Auge eine andere Farbe. Nein! Dann seh ich aus wie ein Klau. Okay, seh ich wahrscheinlich jetzt schon, oder? Ups. Der Lippenstift sieht jetzt so scheiße aus. Wirklich. Jetzt darf ich das benutzen. Und ne, ich hab auch... Aber wenn du mich gleich schminkst, mach's bitte richtig. Ich versuch's wirklich schön zu machen bei dir. Ach ja, übrigens. Ich werd ihn auf seinem Kanal schminken. Falls ihr sehen wollt, wie ich das hinkriege. Ich hab echt Angst davor gerade, weil... Ich hab Angst, dass sie sich rächen will. Machst du dafür Augen zu? Eigentlich auch, aber ich hab Angst, dass du mir jetzt auch... Mach sie so halb auf. Noch zu. Das sieht genau so aus wie vorher. Oh, nur viel heutiger. Ich will sie nicht. Gib nochmal ein Zwischenergebnis am besten. Okay, Zwischenergebnis? Ich würd das hier ja auch benutzen, aber das sieht mir zu gefährlich aus. Nein, das hättest du auch vorher machen sollen. Danach darf man es nicht mehr machen. Das sieht mir auch ein bisschen zu gefährlich aus. Weißt du überhaupt, was das ist? Ja, so für die Augenbrauen so zupfen. Für die Augenbrauen? Äh, hier, Wimpern. Aber man zupft die damit drauf. Nein, man macht die so gerade. Gerade? Leck mich doch. Was? Concealer darfst du noch benutzen. Und was ist das? Das. Wo Concealer draufsteht. Achso, du kannst das übrigens jetzt abmachen. Aaaaaaah! Spaß. So, und jetzt drückst du mal in die Kamera und machst... Hey, ja, 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 hey, ja. Ich hab dir ne Kriegsübermalung gemacht. Um das Ganze zu setten benutzt du Puder. Puder. Kannst du mir sagen, was das Puder ist? Nein, nicht so. Dann mach mal lieber die Augen zu. Ja, aber nicht auf die Augen. Augen zu! Ja. Also um es jetzt wenigstens doch ein bisschen schön zu machen, hätte ich gern mal ein Abschminktuch. Ich will deinen Lippenstipp wenigstens noch mal versuchen. Hast du mich grad voll gesagt? Ne, ich glaub mich selber. Oh nein! Gib mir die Abschminktücher. Ich hab dir gesagt, mach das A. Ja. Ja, ist ja viel besser geworden. Ah, du hast was vergessen. Was? Die Augenbrauen. Die mal ich doch nicht einfach an. Doch. Hä, wie im Kindergarten? Ja, du malst einfach Augenbrauen an. Beim Stift. Hä, verreist du mich oder ehrlich? Fertig. Alter, er ist so verwirrt. Du wärst auf die Idee gekommen. So, ich würde fast dazu tendieren, dass ich fertig bin. Vielleicht mal nochmal, dass wir nochmal begutachten. Also du könntest, wenn du noch ein bisschen was machen willst, Kontur und Highlight machen. Ja, überfordere mich nicht. Nein, ich geb das so ab. Okay. Dann sind wir fertig. An euch Leute. Einmal bitte eine Schulnote in die Kommentare, wie ich mich geschlagen habe. Also müssen wir mal Aufnahmen machen. Schreib mal deine Augen so ein bisschen. Ja, mhm, gut geworden. Ich find's gut. Bist du bereit? Ja. Wirklich? Ja. Nein. Was denn jetzt? Ja. Okay, das Auge ist echt nicht so krass schlecht. Aber what the... Was ist das hier? Ja, bisschen Überreste von irgendwas. Oh nee, Bey, das hast du echt nicht gut gemacht. Das war mein erstes Mal. Voll okay. Ah, das ist scheiße. Und was ist das hier? Hä, ich find's... Ich bin grad schockiert. Ich find's gar nicht so schlecht. Ich dachte du machst das echt schön. Hä, wie soll ich das denn können? Ich hab's noch nie gemacht. Ja, okay. Ich will's jetzt auch langsam beenden. Willst du mich echt so küssen? Sicher? Mhm. Ich steh jetzt. Warte. Mach weg. Nein! Okay, doch, du darfst. Ist auch schon. Mach nochmal. Okay Leute, ich würd sagen, das war's für das Video. Falls ihr sehen wollt, wie ich ihn geschmeckt hab. Ich weiß noch nicht, ob ich's gut oder schlecht machen werde. Überleg ich mir nochmal. Bitte. Guckt in der Infobox vorbei. Ähm, ja. Gib einen Daumen nach oben. Dein Fazit ist, schminken ist doch nicht so leicht, wie man immer denkt, oder? Das gibt viel Stuff. Was? Das ist voll wenig. Das ist wirklich wenig. Okay, ich würd sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüssi! Tschüssi! Im Sommer – worse! Ich habe etwa mitge mich gear ist, zu selbst English zu Makeke Bermat costa.